Reden wir über den letzten James-Bond-Roman von Ian Fleming. Der Mann mit dem Goldenen Colt. Im Original The Man with the Golden Gun veröffentlicht 1965 posthum nach Flemings Tod. Gleich vorweg, ich sagte, es ist der letzte Roman, das stimmt auch, denn hiernach kommt noch ein Buch, Octopussy, aber das ist eine Kurzgeschichtensammlung mit Storys, die Fleming schon vorher geschrieben und anderswo separat veröffentlicht hatte. Der Mann mit dem Goldenen Colt war der letzte James-Bond-Roman, die Handlung von Man lebt nur zweimal wird hier quasi direkt weitergeführt und Fleming ist gestorben, bevor er diesen Roman polieren konnte. Was wir hier haben, ist quasi nur die erste Fassung. So viel ich weiß, hat Fleming das folgendermaßen gemacht. Er hat den Roman fertig geschrieben, die erste Fassung. Und die erste Fassung ist das Grundgerüst. Die Story ist da und im Grunde steht das Ding somit schon mal auf zwei Beinen. Fleming wäre danach nochmal zurückgekommen für die zweite Fassung, wo er viele Details eingearbeitet hätte. Fleming redet ja ununterbrochen von den Ortschaften, vom Essen, so viele Beschreibungen von Zeug. Das ist sein Stil und das gefällt mir eben auch an der Reihe. Das ist eins seiner Markenzeichen. Und dann noch einen dritten Entwurf noch einmal überarbeitet, um alles schön auszubügeln und fertig ist. Das hier ist nur die erste Fassung. Und nach Flemings Tod wurde das Manuskript nicht weiter überarbeitet. Kingsley Amis, ein späterer Fortsetzungsautor der Reihe, wurde hinzugezogen, um sich das Ganze mal anzusehen. Aber es wurde nichts dran gemacht, denn der Publisher hat entschieden, das sieht gut genug aus, das veröffentlichen wir so, wie es ist. Also wenn man den Roman liest, muss man das schon ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber insgesamt denke ich, das hier ist schon solide. Also vor allem für einen ersten Entwurf ist das wirklich solide. Um jetzt überhaupt darüber reden zu können, was die Story ist, muss ich das Ende von Man lebt nur zweimal spoilern. Man lebt nur zweimal ist mein Lieblingsbond-Roman. Wenn ihr ihn noch nicht gelesen habt und ihr wollt da reingehen, ohne irgendwas zu wissen, dann klickt weg. Weg von diesem Video. Lest den Roman, dann kommt hier zurück. Ihr seid gewarnt. Also, am Ende von Man lebt nur zweimal hat Bond nach seinem finalen Duell mit Blofeld seine Erinnerungen verloren, aber langsam kamen einige Bruchstücke zurück. Er wusste, er hatte in seinem früheren Leben irgendwas mit Russland zu tun und deswegen hatte er sich am Ende dieses Romans zum Ziel gesetzt, nach Russland zu reisen. Und jetzt beginnt der Mann mit dem goldenen Colt, ein Jahr später. Bond ist wieder in England. So beginnt der Roman schon. Er ist wieder in England, er will Kontakt mit dem MI6 und mit M aufnehmen, um M zu töten. Denn während seiner Anwesenheit in Russland fiel er den Sowjets in die Hände. Er wurde von den Russen einer Gehirnwäsche unterzogen, aber er hat seine Erinnerungen zurückgehalten. Und jetzt soll er in ihrem Auftrag M töten. M und die Leute beim MI6 wissen, dass mit Bond irgendwas nicht stimmt und sie treffen Sicherheitsvorkehrungen und das Attentat schlägt fehl. Und jetzt sieht's um Bond schlecht bestellt aus. Er hat gerade versucht, den Kopf des MI6 zu töten. Aber er wird nochmal Gehirn gewaschen oder zumindest von der Gehirnwäsche der Russen befreit und in seinen normalen Zustand zurückgebracht. Das sehen wir nicht wirklich, aber das passiert so zwischen den Kapiteln. Die ersten paar Kapitel beschäftigen sich nur damit und auch hauptsächlich mit M. Und das M-Zeug hier drin gehört mitunter zum Besten in der Reihe meiner Meinung nach. Es gefällt mir wirklich sehr. Und M trifft die Entscheidung, Bond wird nicht vor das Gericht gestellt oder irgendwie sowas. Er soll stattdessen auf eine Selbstmordmission geschickt werden. Und wenn er sie wieder aller Erwarten besteht, wird er wieder in den aktiven Dienst aufgenommen und alles ist vergeben und vergessen. Dafür wird er nach Jamaica geschickt, denn er soll den gefährlichsten Attentäter der Welt erledigen. Paco Pistols Scaramanga, der Mann mit dem goldenen Colt. Und statt Scaramanga einfach so umzubringen, infiltriert Bond dessen kleine kriminelle Organisation. So viel sag ich jetzt, mehr möchte ich nicht spoilern. Ich find die Story solide. Es macht Spaß, es ist schnell erzählt. Ich mag Scaramanga als Bösewicht. Er ist keine allzu große Gestalt. Mir gefällt das durchaus als Abwechslung zu Blofeld. Denn Scaramanga ist im Grunde ein Handlanger. Er ist so auf Le Chiff-Level eigentlich. Sein einziges Talent wirklich als Bösewicht ist, er ist wirklich schnell mit dem Colt. Und der finale Kampf zwischen ihm und Bond ist wirklich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das hier einer meiner Lieblings-Bond-Romane ist, aber ich denke, er gefällt mir mehr als den meisten. Ich meine gut, es ist ein erster Entwurf und ich denke durchaus, das hätte man nochmal ein bisschen überarbeiten müssen, verfeinern, aber als Abschluss der Reihe ist das hier meiner Meinung nach durchaus solide. Als Abschluss dieser größeren Storyline, die mit der Blofeld-Trilogie anfing und jetzt hier mehr oder weniger aufhört. Das Buch ist quasi ein Epilog zur Trilogie. Also wenn ihr es mit dem Lesen der Reihe so weit geschafft habt, dann müsst ihr natürlich auch Der Mann mit dem Goldenen Colt lesen. Es ist der Abschluss, es ist der letzte Roman. Kann man ihn als ein Standalone lesen? Ja, eigentlich schon. Kann man. Sollte man nicht unbedingt, aber wenn man Bock drauf hat. Ich würde ihn nicht zwingendermaßen unterschätzt nennen oder allzu sehr gehasst. Ich denke, die meisten Leute betrachten ihn als den letzten Roman. Flemming konnte ihn halt nicht fertig schreiben und es ist eher ein Gefühl der Traurigkeit, das man mit dem Buch verbindet. Nicht, weil es unbedingt schlecht ist, sondern weil es das letzte ist. Es wurde nicht verfeinert. Der Autor ist während des Schreibens gestorben, also. Aber es ist ja nicht das Ende der Buchreihe. Tatsächlich, denn nach Flemmings Tod hat man einige seiner Kurzgeschichten nochmal zusammen in ein Buch gesteckt. Mit dem Titel Octopussy.